mein freund platsch i'm on the board i'm on the board mothafucka hier oh yeah wenn ich mir überleg unsere ersten videos auf famos oh schon ewig her sagst du erstens des zweitens unsere aufrufe ja mann vorliebe viel ne 16.000 da insgesamt glaube ich aber ne oh god i'm on the board so ap shako penta kill bitch please oh yeah oh arme oh oh den würde ich mir zugang kaufen bei chaco ja aber da schwierig zum spielen mhm joa lernt man aber fix nach zwei drei runden kannst du den auch aber erstmal sollst du deine scheiß ruhen kaufen opa gangdam style wow wie hoch der spring kann boing ein ca ne ja und der hat es trotzdem weiter mhm mhm den weltweiten jahre bis du auch eine vaginal fachverkäufer neun du nein ich bin keine Note was ich bin keine Note sagt man heutzutage nicht mehr ja ich weiß wie nachher fachverkäuferin entschuldigung wenn so viel Zeit muss sein aber sowas von alter müssen dafür fachverkäuferin schüler pornos nein ein Logbildschirm von CR das hat sich meist fast das gleiche wenn ich mit Weiber angucken und so Digger sind die Geräusche laut ich höre es kann selber helfen tschüss tschüss warte dieser Account wurde aufgrund verdächtiger Aktivität gesperrt bitte geht zur Wegseite und dann geht dich ein auf warte inaktivität wie bei Tobi sag mal jetzt kommt keiner mehr in CA nur ich und ich komme und ich flieg alle 2 Minuten raus ist ja geil also wenn da jetzt irgendwas läuft ey ich sag dir so schnell wie ich einen Support angeschrieben habe komm ich da überhaupt so rüber so geht es einfacher ist das behindert bitte verifiziere deinen Account und ändere dein Passwort hui hopp 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 so und dann von hier aus war das ne hopp 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 und jetzt an die Liane ich hoffe es ups I just gebraut halt das Baujahr ich bin Baujahr 92 bitch 92er bitch 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 please was hat das jetzt gebracht was hat das jetzt gebracht ah ok super pfff ich bin so schlecht Digger ich bin so schlecht in dem Spiel post alter ich war doch drauf um so was wir jetzt was das für ein Käse hier ist mit berifizieren ein Akkord und Tralala und schießt mich tot das ist genau das gleiche wie es was Tobi hatte aber sowas ist doch doch ganz ehrlich was sein dass du voll im arbeitsstress bist keine Zeit hast zum zocken ja und dann auf einmal wieso stehen hier Kuchen und ich krieg Futter wenn ich doch auf fies vorstellen sollte du musst du mir mein E-Mailfach aufmachen du Bauer nein da ist ja gar nichts du Idiot warum brennst du alles ab das warst du nicht ich aufzubrennen 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 ich muss aber bestimmt noch irgendwie durch na eigentlich ist es facket hier alles ab scheiße es brennt hier alles ab wenn es nicht abbrennt geht es hier viel einfacher das ist alles aua ich brenne hä was soll ich hier denn jetzt rüberkommen so fast noch mal fast noch mal fast digga ich komme noch nicht hoch was was ist das denn was denn ich krieg hier gerade so eine Mail von einer von was kriegst du an von einer alten keine Ahnung wie heißt die darin nach oben auf und ich schicke dir gleich mal ein Bild an das ist zu hart kann ich jetzt eh nicht angucken du Korst Pass auf äh ich schalte mir das Wasserstoffblondes Haar vollbusig russisch so sieht es hier auf dem Bild aus und dann kann man das auch gleich als Anhang und dann kriegst du hier in diesem Text geschrieben wie denn übelst gebrochenen deutsch und mit Rechtschreibbildern oha pass auf ich lese mal vor dann hau mal raus ich grube dich mein unbekannte freund ich habe dein Profil gelesen ich sollte sagen dass ich nicht zu lange hier im Agentur und für mich ist nicht so einfach es sich schritt machen mit dir schreiben Entschuldigung mit Emma mich bitte für meine Deutschkenntnisse Digga macht dich darüber nicht lustig machen sie hat sie verliebte nicht Digga ich bin schon lange alleine und ich suche nur ernsthafte Partnerschaft ich hoffe sehr dass du antwortest mich auch mich auch wenn du interessiert bist dann bin ich Froch was ist sie? Froch also nicht froh sondern als Füge ich bin Froch Digga ich warte schon deine schnelle Anschluss ein Wort viele Grube Darina die Grube voll die Grube in ja und das ist also wenn ich jetzt gemein wäre Johnny dann würde ich dir das Pick fast schicken Alter er kann sich aber eh nicht ich rede sie nicht auf weil ich am aufnehmen bin aus dem Akkurs aus ne ne das muss ja nicht sein mit welcher E-Mail habe ich mich damals angemeldet ah ja 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 hier habe ich was du hast bei Login versucht die Nachricht erhalten dass dein Nexop gesperrt ist um deine Account zu entsperren musst du folgende Schritte befolge klick auf den Link der E-Mail zu verifizieren du wirst zu der Passwort ändern Seite geleitet folge den Anweisungen vor mir aus ein neues Passwort oben war richtig neues Passwort ist gebacken oder was in der Haus der Weg ist auf wie ein Profi dein Passwort muss boah das war so klar Ich bin Singleplayer-Multiplayer, ich bin Singleplayer. Dann hoffen wir jetzt mal, dass es jetzt... Okay, okay, okay. Epische Musik für einen epischen Raum. Nee, der Raum ist nicht episch. Deine Passworts. Alter! Digga, voll laut! I know it! I'm sexy, I know it! Was? Ich hab nichts gesagt. Hast du ein Glück, dass ich nicht durch die Kamera durchlangen kann, Alter? Durch die Kamera? Kämmen nebenbei? Wusste ich gar nicht, Digga. Wow, sexy, sexy! Ich hab meine Kämmen nicht mal angeschlossen. Ach, dann ist das ja Shyvana, mit der ich grad die ganze Zeit flirte. Ah, mit Shyvana! Shyvana! Shyvana, sagt er alleine. Ja, auf einer Seite ist er höchste wie jede andere Frau. Auf der einen Seite zeigt sie ihre heiße, sexy Seite, und auf der anderen, ihre Drachenseite. Auf jeden Fall. Yeah! Was ist da jetzt rüber? Welcher Junge kann mir da bitteschön Recht geben? Jeder! Niemand! Niemand! Uh! Drum ist ein Schalter! Wie krieg ich den jetzt weg? Drücken! 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 Uh! Was hab ich dazu gemacht? Deine eigene... Was? Deine eingege... Deine eingegebene Account-Information... Ungültig! Was? Das bin ich ja interessiert. Was? Was hast du da schon wieder kaputt gemacht? Ich hab meine... Warte... Das ist ein Lied... Das ist ein Lied... Das ist ja geil! Aber hier ist jetzt sonst nichts, oder was, Peter? Jetzt umsonst, wenn er gehört? Außer was anzugucken... Was ist das denn hier? Ist da oben noch irgendwas drauf? Ne... Was geht denn mit Combat Arms ab, Alter? Was für eine Arschloch-Seite! Sorry, was ich so sag, aber... Immer ganz ehrlich... Langsam wird's echt Arschloch, das Spiel! Es wird Arschloch, Digga! Ja, aber Vollgas! Hm... Gehen wir mal weiter... Hier ist ja anscheinend nichts... Dann zocke ich LOL! Dann zocke ich LOL! Sagt er! Hehehehe... LOL! LOL! Er drauf, wie gesagt! Ne, alles rum! Das heißt, Europa ist offline! Pff! Watt zum Fick! Pff! Hm? Pff! Kein LOL! Ich zocke doch kein LOL, Mama! Hehehehe! Okay, dann versuchen wir doch mal wieder meine Account freizuschalten! Oder VOT! Pff! Ich hab... Was muss mir gegeben, dass ich... Na, ich schätze nicht! Ich mach doch gar nichts! Pff! 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 Oh? Spiel doch keiner mehr. R? Spiel doch keiner mehr. E-N-S-I-A? Spiel doch keiner mehr, außer Schoki. Ich glaub Schoki und Heli zocken das noch, das war's dann auch. Yeah, Alter! Fange ich mal an! Ja, dann mal go, Alter. Ähm... Timeset... Was war denn das? So? Du kannst nur nachts schlafen. Was war denn nachts? Weiß doch nicht mehr. War das 26.000? Nö. Hm... 16.000? Ja! Hab ich schon lange gemacht. Was ist das? Keep... Keep your flint and steel. Okay. Pack ich mal alles rein, außer Schwert. Gold! Oh, wo ich grad Gold sag, hab ich das nicht in die Endertrufe vorhin gepackt und nicht wieder mitgenommen. Ich Idiot! Und... ... ...